Ich feiere unser Dorf und ja, ich freue mich, dass wir wieder weitermachen in unserer wohlbekannten Piratenbucht. Und wir haben hier beim letzten Mal dieses Militärport gebaut, was von dieser Seite wirklich interessant aussieht. Allerdings von der anderen Seite, wie ich finde, umso schöner. Also von allen Seiten hier finde ich es super schick. Also nur von der anderen Seite, das sieht irgendwie sehr komisch aus. Wir haben es tatsächlich endlich geschafft, unsere Fischerhütten hier zu bauen. Hier habe ich zuerst angefangen, Fischerhütten zu bauen. Das hat wieso auch immer einfach überhaupt nicht funktioniert. Jetzt haben wir hier schon mal vier Fischerhütten. Wir haben 44 Fisch. Zufall, ich denke nicht. Und ja, wir können weitermachen. Wir können das Game wieder laufen lassen. So, wie sieht es aus? Wir haben einen großen Mangel an Gottesdienst, ähm, Verfügbarkeit, I guess, ist das Wort. Probably. Äh, wir wollen aber erst einmal, ähm, im Sektor Königreich noch irgendwas freischalten. Was wollten wir freischalten? Wir wollten noch ein Privileg freischalten. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, welches wollten wir geerbtes Land nehmen, weil ich glaube, ich hatte erst Königlichen Ritterschlag mir gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache es doch nicht, weil ich nehme mir alle Militären, äh, Missionen nur auf Maximum an und dann fällt eh keiner. Ähm, deswegen... Ich meine, das klingt auch nicht schlecht. Das ist auch crazy. Achso, achso, um 10... Okay, sorry, ich habe mich verlesen. Äh, okay, wir haben aber auch drei freie Plätze. Das heißt, wir können auf jeden Fall mehrere Sachen. Dann werden wir das auf jeden Fall nehmen. Das nehmen. Und wahrscheinlich das. Also die drei noch. Die drei werden wir dann noch freischalten. Und dann... Äh, hingehen. Und definitiv so eine Steinkirche bauen. Das werden wir als nächstes machen. Gut, ähm... Ich frage mich, was hier mit dem Wohngebiet abgeht. Was ist hier das Problem? Ist die Attraktivität nicht hier... Die ist doch hoch. Die ist doch hoch. Dann brauchen wir hier probably noch mehr Arbeitsplätze, oder? Das ist es doch. So, wir haben hier unseren Sammler. Wir haben hier noch einen Steinvorkommen, aber noch ohne Steinbruch. By the way, wenn ich das jetzt hier so hinbaue. We need some storage space. Wir brauchen einen Speicher und ein Lagerhaus. Auf jeden Fall mindestens erstmal für die Behrungen und die Steine. Ähm, ich würde sagen, dass... Den Speicher hätte ich vielleicht ganz gerne hier auch in der Ecke beim Marktplatz. Wollen wir ihn hier direkt quasi außerhalb von dem geplanten Wohngebiet bauen. Wir wollen hier noch ein bisschen Platz lassen, um eventuell dieses Kloster nach hinten raus ein wenig noch zu erweitern. Ich würde sagen, dann bauen wir den Speicher fürs Erste einmal genau hier hin. Und da würde auf jeden Fall theoretisch noch ein Haus hinpassen. Oder sonst können wir da auch noch den Markt expandieren. Werden wir da gucken. Wenn da ein Haus gebaut wird, dann bin ich super happy. Wenn nicht, dann wird der wahrscheinlich halt auf der Marktstand erweitert. Gut. Ähm... Als nächstes brauchen wir noch auf jeden Fall ein Lagerhaus. Das finde ich hier ganz cool an dieser, ähm, Hauptstraße quasi. Also die ja auch quasi ins Dorf und aus dem Dorf rausführt. Dann können wir doch hier direkt unser Lagerhaus dran bauen. Wir haben hier Steine sammeln. Und by the way, direkt auch behaune Steine, weil die... Ich weiß nicht, wir haben da drei von diesen Zelten hingebaut. Oh Gott, was ist ein Voice Creek, Alter. Äh, genau. Aber wir haben hier nur 32... Wir kommen da kaum hinterher. Ähm, deswegen werde ich hier direkt weitermachen. Und behaune Steine produzieren lassen. Alles relativ nah beieinander. Because why not? Ähm, ich finde das hat auch einfach was. So, ähm, nächste Hütte brauchen wir direkt auch hin. Das heißt, wir haben direkt auf jeden Fall auch in naher Zukunft einige weitere Arbeitsplätze wieder. Und wir sollten auch schauen. Das hätten wir eigentlich direkt als erstes machen können. Und wir können das dem Ganzen auch einfach im Prio, ähm, zuschreiben. Noch eine Bauhütte. Sollten wir noch bauen. Boah, es ist halt so derbe Steil hier. Ey, das wäre für... Das wäre crazy, wenn die tatsächlich einfach nur deswegen nicht da hinbauen. An dieser Ecke. Weil halt... Ist einfach der zu steil. Ich kann das so bauen, aber guck mal, wie das aussieht. Aber das ist echt... Das ist echt ein Problem hier. Ja, was soll ich denn tun? Ich muss ja den Platz nutzen. Ich kann es ja nicht einfach sagen. Ja gut, das ist zu steil. Das kann ich halt nichts machen. Also, you know what I mean? Ich muss... Ich muss ja eigentlich den nutzen. Ungültige Position. Ja, theoretisch würde hier halt noch was hinpassen, ne? Neben dieses Haus. Dann mach ich das hier erstmal hin. Wir haben nur einen Neuankömmling. Ah, oh. Das müssen... Schade, I guess. Wir haben nämlich jetzt hier einige Orte, wo Leute arbeiten können. Und, oh, das... Ach, stimmt. Das baut sich direkt deswegen. Perfekt. Bau heute auf jeden Fall auch kind of notwendig. Jo. So weit, so gut. Ich glaube, wir bauen hier noch ein... Fünftes Weizenfeld hin. Weizen... Wir haben gefühlt nie genug Weizen. Das ist so das Ding. Deswegen würde ich da eigentlich schon mich sehen bei dem Thema. Ja, hier würden wir Weizen bekommen. By the way, ich wollte eigentlich auch nach wie vor hier noch neue Soldaten rekrutieren. Aber... Ich muss irgendwie nach wie vor sagen, dass wir... alle andere Punkte noch priorisieren. Wo ist denn Nahrung ein Problem? Aber by the way, das Problem ist gerade aktuell, die Markthändler müssen hier diesen ganzen Weg zu diesen Speichern gehen, um ihre Nahrung halt zu holen. Und das ist definitiv ein unnötiger Weg, deswegen sehr wichtig und gut, dass wir da jetzt den Speicher hinbauen. By the way, aber die Fische brauchen halt immer noch Ewigkeiten. Ja, die müssen lang laufen. Aber guck mal, ihr habt doch hier. Ihr habt doch hier, theoretisch. Ist doch sogar noch eine hohe Attraktivität. So, I don't get it. Wieso die da nicht einfach ihre Häuser hinbauen? Ah, hier wird... Hier wird jetzt gerade was gebaut, scheinbar. Direkt. Okay. Ja genau, hier kommt unsere Steinkirche hin und hier wollte ich dann noch das Gutshaus unpacken. Deswegen... Diesen Platz will ich eigentlich nur nutzen. Aber hier, der Platz ist eigentlich auch schon noch ausgeschrieben für... Äh... Wohngebiet. So, hier die Sachen gerade werden alle gebaut. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genügend Arbeitsplätze erstmals. Arbeitsplätze sollten gerade definitiv not a problem sein. By the way, will ich hier schon eine weitere Mauer hinbauen, weil... Ja, ich will. Ähm... Ich weiß noch nicht, ob ich hier... Wobei ich weiß eigentlich relativ sicher, dass ich da noch ein bisschen was dran am Militär von früher oder später bearbeiten will. Aber ich glaube, ich möchte auch früher oder später hier eine Mauer. Und ich fände es eigentlich jetzt schon cool, wenn hier erstmal eine Mauer steht und wir die dann halt immer noch theoretisch bearbeiten können. Ähm... Das geht ja. Es ist ja möglich, die dann noch zu bearbeiten. Dies steht ja jetzt ja nicht für immer so fest. Aber ich fände es... Also ich finde es jetzt schon mal cool, dass wir einen... in einem Mauer quasi hier haben. I like it, I like it. So, äh... Wieso kann ich das nicht aussehen? By the way, muss ich hier... Das muss ich auch markieren. Das hat sich festgestellt. Sind die jetzt zum Beeren sammeln immer noch... Ah ja, ich glaube wahrscheinlich... Wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Nice. Und die nächste Mission... Maximal. Dann können wir das hier auch machen, safe. Perfekt. So, wir haben auf jeden Fall einige freie Arbeitsplätze wieder. Ich hoffe auch sehr, dass jetzt hier halt eben... Leute sich dann ansiedeln. Das wäre mir sehr lieb. So, du... Man muss wahrscheinlich ein bisschen warten, bis jetzt halt die... Neuen... Bewohner kommen. Es ist halt alles so derbisch hier. Guckt euch diese Marktstämmen nicht alleine mal an. Ja, wie gesagt... Ich kann halt ja auch nicht groß was anderes machen. Also, ich muss eben den Platz nutzen, den ich habe. Da führt nicht wirklich ein Weg dran vorbei. Ja, ich kann auch ein Wohngebiet auf dem Strand bauen. Gibt es überhaupt? Würden die dann da überhaupt Reiser bauen? Würde ich das feiern? Ich würde es vielleicht sogar feiern. Not going lieb. Ich würde es vielleicht sogar feiern. Ich frage mich nach wie vor, wieso hier keiner ein Haus hat. Das ist doch perfekt. Ist das wirklich auf mehr als genug Platz? Und wenn er hier ein Haus hat, er kann das auch hier ein Haus anbauen. I don't really get it. Und so wie ich das sehe, wir brauchen... Was heißt, wir brauchen, aber... Wir könnten durchaus noch ein weiteres Weizenfaper. Ich würde übrigens hier dann nochmal die Hecke hinklatschen. Wenn wir schon mal dabei sind. Haben wir das so? Ja, es sieht scuft aus. Naja... So war das, ne? Naja... Ich lasse es erstmal so. Weil wir... Ja, wie gesagt, wir haben gerade erstmal ganz viele Arbeitsplätze gebaut. Ich brauche... Äh... Arbeitsplätze gebaut, quasi. Jetzt brauchen wir auch erstmal die Leute dafür. So, wir werden hier... Na, erstmal Stein, Stein, Stein und dann behaunende Steine sammeln. Und hier dann... Bären, Bären... Fisch, weil wir hier auch den Marktstatt für einen Fisch haben. Und dann... Können wir ja auch... Ich glaube, Bein sammeln wir noch nirgends. Deswegen können wir hier eigentlich das schon mal gerade auswählen, oder? Ich glaube, so... Dem ist so. Probably. Deswegen... Ja, ich denke, das passt. Ja... Spannend. Spannend. Aha. Ja, wir haben vier neue. Let's go. Das ist huge. Wir brauchen auf jeden Fall hier... Erstmal einen Bergarbeiter. Dann jeweils einen Träger. Und dann... Dann nehmen wir direkt den Steinmetz mit, oder? So. Schaut you los. Und jetzt... Hoffentlich werden die sich auch... Wieso ist denn noch die Wohnfläche niedrig? Ist es wirklich so, dass du hier nicht bauen kannst? Das ist zu schief. Also, ich fühl's eigentlich nicht so... Guck mal, wie schief das bitte ist. Aber ich kann hier ja auch alles andere hinbauen, oder? Also... Oh. Ah, guck mal. Da baut sich ein Haus hin. Also, ich kann hier ja auch sagen... Okay. Ich baue hier ne... Nevermind. Aber hier. Nehm wieder hin. Wenn da zwei Mühlen hinpassen, dann würden auch da zwei Häuser hinpassen, oder nicht? Wäre jetzt mein Gedanke. Also... Ich weiß nicht genau, wie die Game Mechanics da funktionieren, aber ich... Bro. Dann at least so... Sag mir, wenn's halt nicht geht. Aber lass mich hier doch nicht so im Unklaren. So. Würde ich jetzt sagen, ne? Die Frage halt, wie wir das dann noch weiter expandieren würden. Das Wohngebiet. Theoretisch. Weiß gar nicht. Wir werden auf jeden Fall auch dann ins Territorium noch weiter schauen nach hinten. So. Wir wollten... Wir wollen hier die Schutzbesteuerung... Auf jeden Fall schon mal auswählen. Was soll das? Achso, ne, das brauchen wir eigentlich gerade nicht. Und dann noch die... Die zwei. 1530. Huh. 45 brauchen wir noch. Okay. Ich glaube, ich... Ich glaube, ich kann mal schneller schalten, by the way. Wir haben die ganze Zeit nur einfache Geschwindigkeit. Ich glaube, wir können definitiv schneller schalten. Und... Oh, naja. Hier ist EEN, ne? Sieht auch cool aus. Äh... Äh... Gerade kam eine Meldung rein. Ich hab's ein bisschen checkt. Ja, komm. Wir... Wir weiten unser Territorium jetzt schon mal aus. Dieses Gebiet. Uh, ja. Es ist jetzt cool, dass wir diesen Netzblitz haben. Wie gesagt, ich glaube hier... Milchwirtschaft, Viehwirtschaft... Äh... Also... Genau, Hopfen. Hopfen, genau. Bier. Dings wollte ich hier so ein bisschen ins Tal reinbauen. Und dann hier oben eher so Milch. Beziehungsweise eigentlich eher so hierhin dann. Probably. Ja, Idee, die ich jetzt hätte, wäre dann halt hier nochmal so ein... Kleines Dorf quasi hin zu klatschen. Also was heißt Dorf? Aber so ein bisschen Wohngebiet, so ein bisschen halt Markt. Ein bisschen... Ich weiß schon, dieser ganze Kram. Ähm... Genau. Ich werd... Also hier diese Zone erstmal einzonieren. Ja, wollen wir... Ja, wir wollen das, glaube ich, genau einmal so verbinden. Ja, geben wir dem Ganzen mal ein bisschen mehr Platz noch. Und dann mal weiter gucken. Erstmal die beiden annehmen und dann... Brauchen wir hier auf jeden Fall noch einen Collision. Und nehmen dann die... Achso, die haben wir schon. Nehmen wir schon full. Ähm... Wo will ich dann weitermachen? Duell, was... Suprior? Ich glaub erstmal hier, oder? I don't know. Ah, das... Ja. Alrighty. Dann werden wir... Ich glaub erstmal hier... Einen Brunnen hinbauen. Und dann auf jeden Fall noch einen weiteren... Ich würd jetzt gerne halt sehen, wo ich die... Genau hier die Zone habe. Hm, wo seh ich den denn dann? Ich glaub, ich hier so oben zentral. Und dann darum bauen wir dann... Bisschen Essensstände rum. Like this. Weil... Darum ist halt ein bisschen schwierig, ne? Weil sonst kommt da ja keiner mehr dran. Pärme gerade so auf. Das ist ja nicht nur ein Deko-Objekt. Oh, jetzt laufen sie halt... Jetzt laufen sie halt einmal direkt durchs Feld durch, ne? Das will ich ja nicht. Kann ich hier ne... Ne Mauer hinbauen? So. Stört die das jetzt? Also ich würd... Halt hoffen, dass die hier dran vorbeilaufen. Deswegen... Auch hier... Auch hier... Jetzt erstmal die Hecke hin. Stört die nicht, oder? Oh, ne, jetzt laufen die halt einmal hier. Okay. Dann muss ich die Hecke erweitern. Und jetzt laufen sie halt... Hopefully einmal... Außenrum. Ich will mir jetzt gleich sagen, die finden den Weg einfach nicht mehr. Dann krieg ich echt ne Krise. So, ich hoffe, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und jetzt muss ich auf jeden Fall mal wieder die Zonen ausschalten. Das sieht ja schrecklich aus. Ähm... An sich alles funktionieren. Okay, jetzt hier wird gerade das Haus umgehört. Also genau da, wo ich gerade den Zaun... Äh... Abgehen nach... Naja, gut. Ähm... So haben wir... Guck mal. Oh, Junge. Ey, hier sieht's ja auch echt wild aus. Guck mal, wenn du hier so ein Neuankömmling bist. Dann kommst du hier so runter. Oh, aber die Tiefenschaffe ist auch crazy. Dann kommst du hier so... Dann vor allem hier mit diesem... Loster. Ah, warte. Ah. Damn. I like it. Crazy, crazy, crazy. Ähm... Wir haben nach wie vor dicken Cashflow. Machen sehr viel Geld. Und die laufen jetzt alle tatsächlich hier lang. Das ist cool. Und werden dann hoffentlich hier auch... Dann zukünftig neue... Wohnhäuser sehen. At least I hope so. Ja, lass mal eben diese Zone wieder entfernen. Auch wer gerade nicht unbedingt... Ähm... Hier haben wir jetzt den Kaufmann. Das können wir machen. Das ist kein Problem. Ich frage mich, was ich hier jetzt genau hinmache. Weil ich habe hier jetzt ja theoretisch ein wenig Platz. Also ich wollte ja... Hier mit der Bier... Ganzenwirtschaft. Haben wir dafür überhaupt die Sachen schon? Nein, haben wir noch nicht. Aber wir sollten, denke ich mal... Genau. Wir können das jetzt hier auswählen. So, wir haben dort die Hopfenfarben. Und wir haben hier die Brauerei. Wir brauchen aber natürlich auch... Die Taverne. Ja, mir auch hier hilft auch... ... so einen sehr unebenen... ... Platz. Ach, das ist ja auch schon wieder... ... das ist auch schon wieder ein Warentraining. Hey, der Witzker. Ich glaube, ich würde halt dann die Brauerei... ... oder wahrscheinlich unsere Brauerei... ... weiß ich noch nicht, wie viel wir denn da halt brauchen. Hier quasi... ... direkt neben das Kloster halt. Achso, sorry, aber ja. Oder hier halt dann, ne? Direkt an diesem Weg. Ah, hier ist doch quasi perfekt, oder? Hier soll ich die jetzt schon mal... ... naja, also... ... ich habe das Geld und so... ... aber auf der anderen Seite, ne? Wir haben bei The Way einen Arbeitslosen. Das soll natürlich nicht sein. Wir haben ja... ... wir haben ja genug... ... Arbeitsplätze. Eigentlich sollte die Einwanderung... ... natürlich auch wieder hoch sein. Komm, ich baue das Ding, weil wir... ... genügend Cash gerade haben. Und eigentlich denke ich, wir brauchen... ... irgendwie noch ein bisschen mehr... ... mehr Schatzkammer. Äh... ... ja. Wie heißt das nochmal? Sammelplatz für Geld? You know? Oh, sie called. Ah, wir haben jetzt... ... ja, wir haben jetzt... ... vorhin erst... ... was... ... lang gekauft... ... aber gut. Wir brauchen... ... mehr Schatzkammer. Wollen wir hier direkt weitermachen? Ja, wollen wir. Ja, ich benutze gerade nochmal hier... ... diesen einen... ... arbeitslosen... ... oh, das klingt gerade irgendwie ein bisschen falsch. You know what I mean. You know what I mean. So, ich... ... will jetzt hier... ... nochmal hingehen... ... und nochmal... ... Thema Schatzkammer... ... mich dransetzen... ... weil das... ... das... ... ich brauche mehr... ... ich brauche mehr Platz. Ich brauche mehr Platz für... ... ähm... ... das ist hier halt auch nichts drauf, Bock. Ich weiß nicht, ich glaube es geht nicht, oder? Kann man da irgendwie was draufsetzen? Weil wenn ja, ich wüsste nicht wie, dann... ... dann erklärst du mir gerne, aber... ... na, ich pausier mal kurz. Ich würde sagen... ... es sieht... ... schrecklich aus, was ich hier gerade gebaut hatte. Also, was ich... ... nicht gerade, sondern was ich bisher gebaut hatte hier. Ich würde sagen... ... es muss eigentlich... ... weg. ... jetzt habe ich 884 von 590. Dann muss natürlich die Tür... ... auch weg. Jetzt habe ich gar keine Schatzkammer mehr. Wollen wir hier... ... mit... ... Stein weitermachen. Ich habe da so eine Idee. Was ist, wenn wir... ... hier quasi so eine treppenartige... ... Konstruktion... ... draus... ... machen. Ja, was soll ich sagen, ne? I don't really like it. Vielleicht können wir hier mal... ... so ein Ding dranklatschen... ... und das kommt dann... ... hier so auf die Höhe. Aber es sieht halt auch... ... dann aus, dass wir hier wieder Ende, oder? Wobei wir könnten ja... ... hier noch was dranklatschen... ... aber dann quasi den Zaun davor lassen. Könnten aber auch hier... ... so weitermachen. So sieht es, glaube ich... ... blöd aus, oder? Ja, wobei... ... wenn wir von hier aus irgendwie... ... boah, es ist schwierig wieder. Not sure. Von hier aus sieht es dann aber nicht so... ... äh, nicht so schön aus. Ehm, eher blöd. Ich glaube, ich... ... lasse es dann erstmal hierbei. Wack dann... ... aber ich würde halt hier gerne... ... dann eine Tür drin haben. Kann ich da sowieso... ... so ein Ding davor klatschen... ... damit man es nicht sieht? Könnte ich. Ja. Ja, doch. Wie viel würde denn da jetzt reinpassen? Ich habe keine Ahnung. 210... ... 120... ... 180... ... ähm... ... äh, warte mal. Ich kann gerade nicht rechnen. 300... ... 400... ... das ist gefühlt... ... das gefühlt nicht mehr. Okay. Wie wäre es denn hier mit... ... sowas? Und dann geht der Zaun noch mal zu sich hierhin. I guess I like that. Ah, ne, das funktioniert aber nicht mehr. Ne, ich glaube... ... ich glaube, so lasse ich es erst mal. Fürs Erste. So. Ja, so. ...